Moin moin, ich bin Katja und ich bin eine der neuen Next Botschafter in diesem Jahr und ich bin jetzt total gespannt, was alles für Aufgaben und Herausforderungen auf meinem Weg liegen und ich kann es kaum erwarten. Und weil ich euch dieses Jahr etwas begleiten werde, stelle ich mich einmal bei euch vor. Ich bin 21 Jahre alt, wohne direkt an der dänischen Grenze und das ist eine superschöne Gegend bei uns. Und meine Ausbildung mache ich bei der Raiffeisenbank in Handewitt, das liegt auf der anderen Seite an der Ostsee. Und dort bin ich gerade im dritten Lehrjahr und ich habe auf jeden Fall den perfekten Job gefunden. Das macht mir super viel Spaß. In meiner Freizeit spiele ich Handball bei uns im Verein und bin dort auch ehrenamtlich tätig, weil mir die Arbeit mit jungen Leuten sehr, sehr viel Spaß bringt. Und als Ausgleich dazu singe ich auf Hochzeiten in der Kirche und das ist auch ein superschönes Gefühl und immer sehr emotional. Wenn ihr noch mehr über mich erfahren wollt, dann schaut doch gerne bei uns auf dem Blog vorbei. Bis dann!